Soll ich... soll ich... soll ich... soll ich... soll ich... soll ich auch mal fahren? was ist hier? du bist ein bisschen gegrün ich bin ein grüner Daumen... ich muss jetzt auch mal antesten... geht's gleich wir werden die 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 Oh! Schönen Fall nehmen! Schönen Fall nehmen! Schönen Fall nehmen! Ich hätte nur eine Flasche von Fritz Schönen Fall nehmen! Schönen Fall nehmen! Ging doch? Super! Und nur mit allen Heckantrieben? Oh! Du schaffst das wenn du Schwung hast! Dann schaffst du das! das hat Hauke auch schon gemacht ich wollte mich gerade abwerfen aber ne, da hab ich die Züge gerade gezogen da oben der Kugel also erster Gang hat er geklärt ist er rückwärts? na wobei, wenn er den gleichen Weg rückwärts ist doch immer wie Sante strahlt hehehe einmal zuvergelegt ja, ja ok du kannst jetzt aber nicht erst hier raus wenn der Mann sein Moped alleine haut der weckt der wo auch nicht hin, oder? du kannst jetzt nicht, aber das schaffst du nicht, oder? zurück, aber mach lieber rückwärts hier, oder? weil da rutscht du seitlich mach lieber hier ja no na was soll denn? wenn ich das Video rückwärts abspiele sieht jetzt aus, als wenn ihr beim hochfahren die Vorderkommse ziehst hehehe hehehe wenn ich das Video rückwärts abspiele hehehe oh na australien das Video rückwärts abspiele das Video rückwärts auf der oh ne ja sieht super aus du sitzt schon voll ja toll, das hängt auch noch naja, gib mir Mühe man muss ich den Bock ja noch nie schieben rückwärts oder was? aber dann schaffst du es aber vorwärts wenn du da aus der Kuhle raus bist so ne scheiße, dass wir keine Kraft im rückwärtsjagen haben das ist so ein rotz gehst du wieder rückwärts hier oder was? oder ich schieb dich kurz, wenn du erst hiebst da bist du auch zu schlau wie ist hier runter? aber nimmst du in Kauf oder was? ja klar danke 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 echt, echt dumm ein bisschen Kröter umgekehrt ja ah ja, schön mal das Visier von innen wieder sauer war mal das Visier von innen wieder sauer war Alter, das ist warm ich kenne doch eine kleine Stellung, die ich veröffentlicht habe mit Stevie hab die Musik noch mal probiert ne? schade hier Alter das sieht so steil aus wie ist man denn da hochgefahren? wie ist man denn da hochgefahren? so meinst du? hier ist echt so, Alter ne also ja Hofstereleute noch weißt du? ihr super 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 Vielen Dank.